So Leute, neues Video. Es gibt Veränderungen bei uns auf der Torwartposition. Einer geht, ein neuer kommt und mit neuem Hintergrund begrüße ich euch ganz herzlich zum neuen Video. Ja, wahrscheinlich habt ihr es alle mitbekommen. Unser zweiter Keeper Nils Körber wechselt zu Fürth für 150.000 Euro. Die Ablöse wollte Hansa nicht preisgeben, aber mehrere Medien haben es schon berichtet und da muss ich sagen, haben wir einen richtig guten Deal gemacht, denn sein Vertrag wäre sowieso im Sommer ausgelaufen. Wir wünschen Nils natürlich nur das Beste bei den Fürtern. Die sind aktuell auf dem zweiten Tabellenplatz. Wer weiß, ob er in der nächsten Saison erstklassig spielt. Wahrscheinlich weiterhin nur als Ersatzkeeper, aber kann man auf jeden Fall sagen, dass das für alle Beteiligten eine Win-Win-Situation ist. Fürth brauchte unbedingt noch einen zweiten Torwart, hat einen mit Körber, der als spielstark gilt. Aber wenn er bei uns gespielt hat, immer mal wieder kleine Patzer drin hatte, ich erinnere an das DFB-Pokalspiel gegen Lübeck oder zuletzt unser Freundschaftsspiel. Dadurch, dass er sich eben bei uns nicht durchsetzen konnte, nehmen wir die 150.000 Euro gerne mit, die man am besten noch weiter investieren sollte in Transfers. Bis Donnerstag, 18 Uhr, ist das Transferfenster geöffnet. Wir warten alle sehnsüchtig auf Außenverteidiger. Wer weiß, ob dadurch das Ganze wahrscheinlicher gemacht wurde. Und jetzt kommen wir zu unserem Neuzugang. Es handelt sich hierbei nämlich um den Schweden mit serbischen Wurzeln. Marco Johansson, 25 Jahre alt, 1,94 groß und er kommt vom HSV. Per Laie bis zum Sommer ist, denke ich, eine gute Alternative, ein guter Ersatz, war U21-Nationalspieler Schwedens. Ich zeige euch einmal ganz kurz seine Station, die er durchlaufen hat. Startete in der Malmö-Jugend und galt dort als einer der besten Keeper-Torhüter-Talente Schwedens. Ja, dann war er mal beim VfL Bochum. Der HSV hat ihn 2021 für 600.000 Euro geholt, aber dort konnte er sich nie wirklich durchsetzen. Und Johansson wollte sich mit seiner Reservistenrolle nicht zufrieden geben. Ist dann immer wieder verliehen worden zu Halmstadt. Dort spielte er zuletzt insgesamt 11 Mal und hat 17 Gegentore fressen müssen. Dazu muss man aber sagen, dass Halmstadt ein Abstiegskandidat war. Ja, beim HSV konnte er sieben Zweitligaspiele sammeln. Und ich habe mich mal ein bisschen schlau gemacht. Man hört von vielen Hamburgern, dass der Junge es eigentlich drauf hat. Viel Potenzial besitzt mit seinen 25 Jahren. Ob er Kolke irgendwann mal ersetzen wird, wage ich zu bezweifeln. Aber es ist immer gut, einen Keeper in der Hinterhand zu haben, der, wenn er dann mal gefragt ist, sei es, weil sich Kolke verletzt oder eine Rotsperre zu beklagen hat, den Kasten sauber hält. Die Hamburger wissen schon, wen sie damals gescountet haben, für wen sie 600.000 Euro hingelegt haben. Für die Zukunft gesehen wäre Johansson, denke ich, kein schlechter. Ansonsten kann man nicht viel dazu sagen. Er ist eben nur als Ersatzkeeper geholt worden und sein Vertrag geht bis zum Sommer. Je mehr Schweden, desto besser. Also bauen wir uns ein skandinavisches Team auf. Je nachdem, ob er denn dann fest verpflichtet wird in Zukunft. Ja, sein Marktwert ist hoch und der HSV wird ihn nicht für ein Appel und ein Ei abgeben. Aber ich bin gespannt auf eure Kommentare, wie seht ihr die Keeper und dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Hoffe, dass morgen oder übermorgen noch ein weiterer Transfer getätigt wird. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen, für jeden Daumen nach oben. Bleibt stabil, haut rein, bis zum nächsten Mal.